Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Was ist eigentlich Classroom-Management? Erster Teil In diesem Video stellen wir Ihnen das Konzept des Classroom-Management vor. Kennen Sie die folgende Situation? Schüler und Schülerinnen kehren aus der Pause zurück, auf den Gängen herrscht Geschubse und Gedränge, die Lehrkraft ist vielleicht ein bisschen verspätet. Ein Schüler hat eine ähnliche Situation so beschrieben. Das ist eine Katastrophe, dann geht es drunter und drüber. Die Schüler sind am meisten ziemlich respektlos und testen die Grenzen aus. Halt eine normale Klasse dann. Kann hier guter Unterricht stattfinden? In zwei Videos wollen wir Ihnen einen guten Ansatz zur Verbesserung der Situation darstellen. Das Classroom-Management. Im vorliegenden ersten Teil klären wir, was Classroom-Management ist und welche Relevanz es für Lehrkräfte hat. Im zweiten Teil zeigen wir dann, wie man ein gutes Classroom-Management planen kann und stellen dafür die elf Kriterien von Evertson und Emma vor. Unser Ziel ist es, Ihnen Classroom-Management als eine Möglichkeit vorzustellen, guten Unterricht zu erreichen und wir möchten Sie anregen, Ihre eigene Lehrkompetenz zu steigern. Was ist Classroom-Management? Zunächst einmal ist Classroom-Management eine der Basisdimensionen der tiefen Strukturen von Unterricht. Wenn Sie mehr über Tiefen- und Sichtstrukturen von Unterricht erfahren möchten, sehen Sie sich doch unser Video »Was ist eigentlich guter Unterricht?« aus diesem Paket an. Thoman definiert Classroom-Management als die Gesamtheit aller Unterrichtsaktivitäten, Handlungs- und Verhaltensweisen einer Lehrperson mit dem Ziel, ein optimales Lernumfeld für Schüler und Schülerinnen bereitzustellen. Dabei setzt Classroom-Management vermehrt auf die Prävention von Störungen, statt nur auf diese zu reagieren. Hennemann und Hillenbrand haben vier grundlegende Prinzipien identifiziert, nach denen ein gutes Classroom-Management abläuft. Zunächst werden klare Abläufe und Routinen eingeführt. Erwartungen an das Verhalten und Lernen der Schüler und Schülerinnen werden proaktiv, das heißt im Vorfeld, formuliert und erläutert. Diese Erwartungen werden laufend überprüft und das Ergebnis wird den Beteiligten zurückgemeldet. Dabei wird den Lernenden Eigenverantwortung für ihr erfolgreiches Lernen übertragen. Diese vier Prinzipien können in Leitfragen umformuliert werden, die helfen, Unterricht zu betrachten. Biete ich den Lernenden einen Rahmen, der störungsfreien Unterricht ermöglicht? Habe ich die entsprechenden Regeln und Abläufe klar formuliert und sind sie den Beteiligten bewusst? Können die Lernenden die Vorgaben einhalten und bekommen sie von mir entsprechendes Feedback? Binde ich die Lernenden ausreichend ein und ermögliche ich es ihnen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen? Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, lassen sich diese Prinzipien im Unterricht nicht mal ebenso umsetzen. Warum sollten Sie sich trotzdem damit beschäftigen? Zum einen konnte immer wieder gezeigt werden, dass die effektive Gestaltung des Unterrichts durch Classroom-Management und dessen Rahmenbedingungen eine der wirksamsten Hilfen für guten Unterricht darstellt. Classroom-Management führt auch zu einem höheren Leistungsniveau, mehr Leistungsfortschritt und weniger Störungen im Unterricht. Insbesondere die verringerte Anzahl von Störungen führt zu einer deutlichen Reduzierung der Belastung der Lehrkräfte. Dadurch wird ein entspannteres Unterrichten möglich, was sich wiederum positiv auf das Klassenklima auswirkt. Unterricht mit erfolgreichem Classroom-Management zu planen, ist sicherlich eine Herausforderung und erfordert viel Know-how. Es handelt sich hier auch nicht um Rezeptwissen, Tour A, dann passiert B, sondern um Steuerungswissen. Es geht darum, Stellschrauben kennenzulernen, an denen Sie drehen können, um guten Unterricht zu erreichen. Classroom-Management ermöglicht es Ihnen, eine optimale Basis für Ihren Unterricht zu schaffen, sodass Sie Ihre Lernenden möglichst effektiv erreichen können. Hilfreich dafür sind die elf Kriterien von Evertsen und Emma, die wir in einem zweiten Video ausführlicher darstellen werden. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einige Anregungen mitgeben. Suchen Sie sich eine der Leitfragen aus und beantworten Sie sie für sich. Denken Sie dabei entweder an eine Hospitation oder an Unterricht, den Sie als Lehrkraft gestaltet oder als Schülerinnen oder Schüler erlebt haben. Welche Vorteile sehen Sie, wenn Classroom-Management im Unterricht eingesetzt wird? Wie würden Sie die Eingangsfrage, kann hier guter Unterricht stattfinden, jetzt beantworten? Gibt es Unterschiede zu der Antwort, die Sie vor dem Video gegeben hätten? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei twillow.de unter dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.